Neid, Arroganz, Aggressivität. Viele Dinge sind in Deutschland wirklich mal überhaupt nicht in Ordnung und ich bin froh, dass ich weg bin. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland, jetzt seit mehr als 15 Jahren in Australien und abonniert gern diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. Heute geht es gar nicht so sehr um Australien, es geht um Deutschland, beziehungsweise um die Dinge, die mir in Deutschland gar nicht gefallen. Schaut, ich bin in Deutschland aufgewachsen und vieles war mir sehr vertraut und kam mir total normal vor. Aber nachdem ich ausgewandert und auch viel gereist bin, habe ich festgestellt, dass vieles, auf das man geprägt war, aus der Entfernung sehr, sehr merkwürdig wirkt. Es ist schwierig, Gewohnheiten, Tradition und Kultur zu hinterfragen, wenn man halt gerade drin steckt. Und ich denke, dass einige von euch sich von diesem Video auch furchtbar provoziert fühlen werden. Versteht mich nicht falsch, ich liebe meine Heimat Deutschland, ich stehe zu ihr, aber das heißt eben auch nicht, dass ich alles unkritisch hinnehme, was dort der Standard ist. Und dafür habe ich euch 10 typisch deutsche Eigenschaften herausgesucht, die ich besonders weird finde. Let's go! Es geht sofort maximal unangenehm los. Wenn man in Deutschland lebt und von den Angewohnheiten anderer Kulturen hört, dann kommen einem manche davon ja echt fies vor. Zum Beispiel, dass man in China und Teilen Indiens auf den Boden spuckt oder nach dem Essen laut rülpst. Da kann man dann leicht in die Falle tappen und denken, da seien alle unzivilisiert und in Deutschland hat man denn irgendwas voraus. Dabei merkt man eben nicht, dass die Deutschen auch eben solche Angewohnheiten haben, die von außen ziemlich eklig sind. Zum Beispiel haben die meisten kein Problem, sich in der Öffentlichkeit und sogar in der Runde mit Freunden oder am Tisch im Restaurant die Nase zu putzen. Das gilt in vielen Ländern und auch in Australien als unglaublich unhöflich und eklig. Aber wenn man damit aufgewachsen ist, findet man das einfach mal total normal. Ich kenne viele Australier, die in Deutschland total geschockt davon waren, dass Leute ihnen ja fast so ins Gesicht rotzen, indem sie da ihr Taschentuch aus der Nase holen. So, zweiter Punkt, die Statussymbole. Als ich in Deutschland aufwuchs, da ist mir schon aufgefallen, dass es wichtig war, wie man sich eben kleidet. Mir war das damals total egal, aber viele um mich herum, die definierten ihre Individualität zum großen Teil über gewisse Mode. Und auch soziale Schichten waren immer sehr gut, durch ihre Outfits auseinanderzuhalten. Das hat dann oft dazu geführt, dass manche Menschen aufgrund ihres Aussehens Privilegien bekommen haben und andere um jedes Recht kämpfen mussten. Wer in Deutschland in einer Villa wohnt, trägt im Alltag wahrscheinlich keinen Jogginganzug und Sportschuh vom Lidl. Allerdings hat kaum jemand zugegeben, dass solche Statussymbole wichtig sind, sondern es wurde eher auf Kulturen verwiesen wie Russland oder China, wo Statussymbole noch deutlicher sind. Das wurde dann wieder total niedergemacht, nach dem Motto, ach Russen und Chinesen, ja für die ist so ein Prunk wichtig, so ein Luxus, so eine Angeberei. Fakt ist aber, dass Statussymbole und Status in Deutschland enorm wichtig sind und in Australien ist das anders. In Australien ist die Gesellschaft etwas homogener und es gibt weniger Erwartungen an Äußerlichkeiten. Klar, wenn man einen bestimmten Job hat, dann muss man sich auch einen gewissen Rahmen einfügen, aber wenn der Multimillionär hier barfuß seinen Hund spazieren führt, der Investmentbanker im Pyjama Donuts kaufen geht oder die erfolgreiche Immobilienmaklerin in ihrer Freizeit nur im Gym Outfit shoppen geht, dann interessiert das hier keinen und niemand würde falsche Schlussfolgerungen ziehen. Es gibt auch genügend Leute hier, die viel Geld haben, die, wie soll ich sagen, nach deutschen Maßstäben fast obdachlos aussehen, ja. Also Männer mit langen, ungepflegten Bärten und zerrissenen Klamotten, sowas gibt es hier und das können mitunter richtig reiche Leute sein. Vorurteile lohnen sich in Australien viel weniger als in Deutschland, einfach weil sie sich auch viel weniger häufig bestätigen. Man weiß absolut nie, wer vor einem steht und behandelt einen schon deswegen und natürlich auch aus anderen Gründen erstmal alle Menschen mit dem gleichen Respekt. Und das ist, wie ich finde, irgendwie der überlegene Ansatz, an diese ganze Sache heranzugehen. Nächster Punkt, es gibt den englischen Begriff German Stare, das deutsche Starren und damit ist eine ganz typische, unangenehme deutsche Eigenschaft gemeint, die die meisten nicht mal bewusst wahrnehmen und die im Ausland aber oft sehr unangenehm auffällt. Die Deutschen starren andere fremde Menschen an, egal ob im Café oder in der Straßenbahn, die Deutschen verbringen gerne und viel Zeit damit, andere Leute zu beobachten und abzuchecken. Man kann natürlich gutwillig argumentieren, dass Deutsche generell neugierig und an ihrer Umwelt interessiert sind, aber dieses Abchecken anderer Personen ist in anderen Ländern total unüblich und gilt als unhöflich. Ich reise oft in verschiedene asiatische Länder und wenn ihr euch da im öffentlichen Raum bewegt oder irgendwo wartet, dann schauen die Leute überall hin, aber sie schauen euch nicht direkt ins Gesicht. Und als ich noch in Deutschland lebte, da war mir das nicht bewusst, hat mich auch nicht gestört, aber nach vielen Jahren im Ausland finde ich es unangenehm und ungebracht, andere Leute so anzuglotzen. So im deutschen Wartezimmer beim Arzt ist mir auch immer sehr, sehr unangenehm aufgefallen, dass es Leute gibt, die einen einfach nur hemmungslos abchecken. Wie seht ihr das denn? Ist es in Ordnung, fremde Menschen anzustarren und wahrscheinlich auch gleichzeitig im Kopf zu bewerten? Bevor ich weiterwache, muss ich noch was kurz einschieben. Australien ist sicherlich Deutschland nicht in jeder Hinsicht überlegen und ihr könnt mir glauben, dass ich Australien nicht idealisiere. Ich habe ja so viele Videos zu Themen gemacht, wo ich Australien sehr kritisch betrachte, aber es gibt gute Gründe, warum ich eben hier lebe und nicht in Deutschland. Jeder Mensch hat so seine eigenen Prioritäten und für mich ist Australien insgesamt gesehen, was den Lifestyle und die Lebensqualität betrifft, überlegen zu Deutschland und deswegen bin ich hier. Und sicherlich befinden sich auch einige Dinge auf dieser Liste, die euch in Deutschland auch stören, oder? Nächster Punkt. Etwas, das in Australien wirklich geächtet wird, bis zu dem Punkt, dass die zurückhaltenden Australier sauer und laut werden, ist das Vordrängeln, das für die meisten Deutschen zum Alltag dazugehört. Neue Kasse macht auf? Kein Problem. Schnell noch der alten Dame den Weg abschneiden, einen Zahn zulegen, bloß damit die Frau mit dem Kinderwagen hinter einem landet, weil die braucht ja eh Ewigkeiten in der Kasse. Bier an der Theke beim Stadtfest bestellen? Immer schön schubsen, den Ellenbogen verwenden, quetschen bis man vorne ist. Ich finde das stressig, unfair und unangenehm. Im Ernst, warum ist das in Deutschland die Norm? Also hier in Australien wird sich angestellt, vorgelassen und es wird penibel darauf geachtet, wer zuerst da war und das finde ich richtig gut. Und das wird bereits den Kindern im Kindergarten und in der Grundschule eingeimpft. Ich habe es ja in einem anderen Video bereits gesagt. Ein Bekannter von mir, der war neu in Australien, hat sich im Supermarkt heftig vorgedrängelt und der hat die Quittung auf dem Parkplatz bekommen, als ein entsetzter anderer Kunde ihm einfach eine Ohrfeige verpasst hat. Das ist natürlich nicht der Standard in Australien, aber generell wird hier viel Rücksicht aufeinander genommen und wer diese Regel missachtet, der muss leider mit Konsequenzen rechnen. Kommen wir zum nächsten Punkt, der Schadenfreude. Im Duden definiert als boshafte Freude über das Missgeschick oder Unglück eines anderen. Und jetzt stutzt ihr vielleicht und fragt euch, was daran denn so deutsch ist. Naja, im Englischen gibt es nicht mal einen Begriff für Schadenfreude und jedes Mal, wenn ich das Prinzip australischen Freunden erkläre, dann schauen die mich an, als denke ich mir das gerade aus. Tatsächlich verwendet man auch im Englischen oft den deutschen Begriff, weil es eben einfach kein Wort gibt. Und hier ist das so, wenn Menschen, die man nicht mag, was Schlechtes passiert, dann nimmt man das neutral auf, aber man freut sich nicht aktiv darüber. Ah, und dann gibt es noch den deutschen Irrglauben, alles kommentieren zu müssen und zu allem eine Meinung zu haben, unabhängig von der Relevanz. Das artet oft in Deutschland in krasse Beleidigungen aus und manche Leute machen es ja gerade zu einem Hobby, immer neue Formulierungen oder Schimpfe dazu kreieren. Ich bin einer ganz anderen Auffassung. Meiner Meinung nach ist es weder intellektuell noch besonders tiefgehend, immer eine Meinung zu haben, egal ob man informiert ist oder nicht, ob man Experte auf dem Gebiet ist oder nicht. Wir sind nicht alle Virologen, Kriegstrategen oder Bundestrainer. Ist nicht so, aber viele Leute denken das halt. Ich finde aber, es ist eine Stärke zuzugeben, dass man eine Sache noch überdenken muss, dass man sich eingestehen kann, dass die Informationsgrundlage schlecht ist oder einfach auch mal zu sagen, das interessiert mich nicht, das Thema geht einfach total an mir vorbei, dazu habe ich keine Meinung. Und es ist auch überhaupt keine Bürgerpflicht, sondern es ist eine Frechheit zu glauben, dass jeder, und wenn man noch so wenig mit ihm zu tun hat, diese Meinung unbedingt auch hören soll. Diese Eigenschaft in Kombination mit dem deutschen Anstarren ist wirklich eine Zumutung für andere Kulturen. Und wer das im Ausland macht, der eckt wahrscheinlich an. Hier in Australien heißt es not my cup of tea oder auch none of my business. Das bedeutet, dass man dem anderen erstmal prinzipiell das Recht zur Selbstentfaltung gibt, unabhängig davon, ob es einem selbst gefällt oder nicht. Und man lässt den anderen einfach in Ruhe. Man hat nicht zu allem eine Meinung und man beurteilt auch andere Leute nicht kontinuierlich. Ergebnis im Alltag, weniger Zwist, weniger Nachbarschaftsstreit, weniger unnötige Konfrontationen und das genieße ich einfach im Alltag sehr. So, damit verbunden ist dieser schreckliche deutsche Glaube, jeden verklagen oder anzeigen zu müssen, der einem krumm kommt. In Deutschland haben viele Menschen eine Rechtsschutzversicherung, die einem das erleichtert. Der Lehrer gibt dem Kind schlechte Note, weil er es die Klassenarbeit vergeigt hat und nur rumblödelt. Ja, dann hat der Lehrer bestimmt seinen pädagogischen Auftrag verfehlt und gehört vor Gericht. Und wenn man nicht klagen kann, dann muss man sich zumindest laut und kräftig beschweren. Am besten so, dass die ganze Sache auch wirklich Konsequenzen hat. Versteht mich nicht falsch, natürlich ist es gut, wenn man sich wehrt, wenn einem Unrecht getan wird. Aber es gibt auch gesunde Grenzen und aus dem Ausland betrachtet ist das eine deutsche Eigenschaft, die das Miteinander einfach mal nicht verbessert. Hier in Australien ist es sehr schwierig, jemanden zu verklagen. Das fängt damit an, dass es hier keine Rechtsschutzversicherungen gibt und dass Anwälte sehr teuer sind. Stundenhonorare selbst für kleine Fälle von 400 bis 600 Euro sind absolut verbreitet. Und da überlegt man sich natürlich zweimal, ob man so ein Fass überhaupt aufmacht oder ob man es einfach auf sich beruhen lässt. Aber es passt auch nicht zur Kultur. Man zuckt hier eher mit den Schultern, denkt sich seinen Teil und lebt sein Leben eben weiter, statt einfach monatelang vor sich hin zu schwelen, seine Racheaktion zu planen, nicht schlafen zu können und ein Magengeschwür zu bekommen. In der Welt habe ich es neulich gelesen allerdings, dass die Deutschen auch statistisch gesehen immer seltener vor Gericht ziehen, um privatrechtliche Streitigkeiten zu lösen. Wollen wir mal schauen, ob der Trend weitergeht oder ob das nur so eine Corona-Delle ist. So, kommen wir jetzt zu einem besonders sensiblen Thema, das ist die deutsche Arroganz. Ein böses Wort, aber ich muss es genau so sagen, weil das deutsche Verhalten nämlich ebenso deutlich in anderen Kulturen genau so wahrgenommen wird. Die Deutschen kommen arrogant rüber, sind Besserwisser und Schuld daran ist der ausgeprägte Individualismus in Deutschland. Zu dem Thema gibt es tolle Studien, zum Beispiel die von Hofstede, Linkner Beschreibung und auch die Relevanz des Konzepts von Allgemeinbildung spielt da eine Rolle. Also, generell haben die Deutschen schon eine sehr, sehr gute Allgemeinbildung mit einer sehr breiten Basisbildung in Bereichen wie Naturwissenschaft, Geschichte, Literatur und Politik. Und so erstrebenswert das auch ist, es führt halt auch leider dazu, dass Deutsche im Ausland sich oft wundern, wenn zum Beispiel ein Amerikaner nicht weiß, dass der Irak nicht neben Deutschland liegt oder wenn eine Australierin sich wundert, dass die frittierten Ananasringe nicht Teil einer gesunden Ernährung mit viel Obst sind. Diese Beispiele sind übrigens nicht zufällig gewählt, sondern beide genauso passiert. Das kann aber jetzt schnell zum Irrglauben führen, dass man als Deutscher irgendwie kultivierter oder schlauer oder irgendwie besser ist als andere Kulturen, weil man sich eben nur auf manchen Ebenen wie zum Beispiel der Allgemeinbildung vergleicht und dabei gar nicht merkt, dass man auf anderen Ebenen wie ein Depp dasteht. Zum Beispiel, Amerikaner haben eigentlich ein besseres Gefühl für alles, was sich im Unterhaltungsbereich abspielt. Australier haben sehr viele lebensnahe Fähigkeiten wie Berufsvorbereitung, Inklusion, Kommunikation, IT, alles Bereiche, die in deutschen Schulen sehr vernachlässigt werden. Es ist schwierig zu erkennen, dass man etwas nicht gut kann, wenn man gar nichts davon weiß. Ich habe das schon oft bemerkt, dass deutsche Einwanderer hier am Anfang sich den Australiern für überlegen halten. Einer hat mir sogar gesagt, du sag mal, du willst aber nicht immer hier bleiben, die wohnen doch alle hier hinter dem Mond. Und das ist einfach eben super arrogant und unangemessen, weil man sich eben auf so eine einseitige Geschichte, auf nur eine Fähigkeit beschränkt. Beispiel Fremdsprachen. In Deutschland gehst du ja als Bildungselite, wenn du zwei, drei oder vier Sprachen sprichst. Das ist hier komplett irrelevant. Ich habe ja selber in Deutschland Fremdsprachen gelernt, Französisch, Spanisch und sogar auch noch Latein. Das ist alles hier komplett nutzlos. Dafür gibt es weder Respekt, noch hat das irgendeine Relevanz im Beruf oder in irgendeiner anderen Situation. Es ist einfach eine Qualifikation, die vollkommen für den Arsch ist, aber in Deutschland hoch angesehen und dann gleichzeitig schauen Deutsche in Australien hier eben auf die Menschen herab, weil sie keine Fremdsprachen sprechen. Es ist halt einfach ein anderes Framework und kein Grund für diese Arroganz. Nächster Punkt ist die Kirche in Deutschland. Warum zur Hölle spielt die eigentlich noch so eine große Rolle, obwohl laut Statista gerade mal 38 Prozent der deutschen Bevölkerung gläubig sind? Da gibt es Auflagen zu den Geschäftsöffnungszeiten an Sonntagen und besonders zu den Gottesdienstzeiten. Es gibt Kirchensteuer. Das ist doch absolut Wahnsinn in einem Staat, wo eigentlich Kirche und Staat getrennt sein sollten. Und wenn dann der eine Ehepartner aus der Kirche austritt, dann zahlt der andere Ehepartner unter bestimmten Voraussetzungen ein besonderes Kirchgeld. Findet ihr das in Ordnung und zeitgemäß? Also ich bin ja fester Vertreter der Meinung, dass Staat und Religion voneinander getrennt sein sollten, also in einem sehr strengen Säkularismus. Und auch, dass Bildung und Religion nicht voneinander getrennt sind und in süddeutschen Schulzimmern oft noch Kreuze hängen, das ist so eine Sache, die kommt mir vor wie irgendein Blick in ferne Vergangenheit. In Australien gibt es keine Kirchensteuer und die australische Regierung erhebt auch keine direkte Steuer für religiöse Zwecke und finanziert auch keine bestimmten Kirchen oder religiösen Gruppen. Die meisten Feiertage in Australien sind auch keine kirchlichen Feiertage, sondern eher so generische, mit denen alle Leute was anfangen können, wie zum Beispiel King's Birthday oder ein Veteranentag oder Nationalfeiertag, solche Dinge. Aber, kleine Einschränkung, weil ansonsten kommentieren meine australischen Freunde es bestimmt in Kommentaren, die Kirche, insbesondere die katholische Kirche, spielt eine sehr, sehr große Rolle in der Schulbildung und ein erheblicher Anteil der australischen Schüler besucht eine religiöse Schule. Das gefällt mir nicht so gut, aber wie gesagt, nobody is perfect und Australien hat sicherlich ebenso viele Nachteile wie Deutschland. Okay, nächster Punkt, jetzt werde ich nochmal ganz laut, weil wir müssen über das Thema Homöopathie reden, weil darauf fahren ja die Deutschen total ab und wo soll ich anfangen? Also nach deutschem Ärzteblatt haben 55% aller Menschen in Deutschland schon Erfahrungen mit Homöopathie gemacht, also mehr als jeder Zweite. Und ausgerechnet unter den Akademikern ist der Prozentsatz besonders hoch. Das bedeutet, dass die Hälfte der Menschen in Deutschland glaubt oder sich erhofft, dass Homöopathie ebenso wirksam oder wirksamer ist als herkömmliche Produkte der Schulmedizin. So ganz nach der Devise, lieber Globuli statt irgendeine normale Tablette. Denn alle wissen ja in Deutschland, dank guter Allgemeinbildung, je öfter man etwas verdünnt, desto stärker wird es ja, richtig? Und die Krankenkassen zahlen diese homöopathischen Mittel teilweise auch noch und man kann sie in der Apotheke kaufen. Also eigentlich im Geschäft, das ja der traditionellen Medizin und der Wissenschaft verpflichtet ist. Absolutes Unding. Da stehen direkt neben Medikamenten, die in aufwendigen Verfahren getestet worden sind, irgendwelche komischen Medikamente, deren Wirksamkeit nicht über den Placeboeffekt hinausgeht. Mir fällt es wirklich sehr, sehr schwer zu akzeptieren, dass das Volk der Dichter und Denker an so einen gequirlten Mist glaubt. Und diese Einschätzung ist übrigens hier in Australien nicht so stark vertreten. Deutschland ist wirklich so das Homöopathie-Zentrum der Welt, habe ich das Gefühl. So, ich vermute, dass einige von euch gerade begeistert nicken, andere Wutschnauben schon in die Tastatur hauen, um mir gleich ordentlich die Meinung zu geigen. Und andere werden vielleicht nachdenklich den Kopf wiegen. Lasst mich wissen, wie ihr das alles seht, was eure Erfahrungen sind, was euch stört, aber auch, was wir in Deutschland gut machen und was ihr ganz toll findet. Ich lese mir eure Perspektiven gerne durch, achtet aber wie immer darauf, dass ihr im Chat konstruktiv bleibt und fallt nicht in die Beleidigungsfalle. Gerne mache ich übrigens auch ein Video über Dinge, die ich aus Deutschland sehr vermisse, also das genaue Gegenteil. Und nochmal, jedes Land und jede Kultur hat seine bzw. ihre Vor- und Nachteile. Das sind alles persönliche Präferenzen und überhaupt dient dieses Video vor allem zur Unterhaltung. Und jeder hat so seine Pet-Topics, die Dinge, die einen besonders ärgern und besonders erfreuen. Ganz, ganz wichtig, dass ihr, bevor ihr über eine Auswanderung oder über einen Auslandsaufenthalt nachdenkt, euch ganz klar macht, was euch wirklich wichtig ist und was euch im Alltag happy macht und was euch traurig macht. Ich danke euch an dieser Stelle für die Aufmerksamkeit. Lasst ein Abo da und bis bald. Bis bald.